Heute gucken wir uns mal einige Fragen zu CSS an aus Bewerbungsgesprächen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal ein paar Bewerbungsfragen. Und zwar, viele von euch werden, genauso wie ich, schon jede Menge Bewerbungsgespräche hinter sich haben und schon ein paar Erfahrungswerte haben. Viele andere von euch stehen vielleicht gerade erst am Anfang, sind gerade fertig mit der Schule und wissen noch gar nicht so richtig, was auf sie zukommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Bewerbungsfragen beantworten müsst, ist wahrscheinlich relativ gering, sondern, ja, es ist wahrscheinlich mehr, wenn ihr nach eurem ersten Job den nächsten Job wollt und vielleicht eine bessere Position oder irgendwas, dass ihr dann solche Fragen, solche Code-Interviews über euch ergehen lassen müsst. Grundsätzlich sind diese Fragen teilweise aus meinem persönlichen Alltag, was heißt aus Fragen, die ich als Freiberufler beantworten musste in Code-Interviews oder aus wirklichen Bewerbungsgesprächen, aber auch aus dem Internet oder von Freunden, Bekannten, wo ich ein bisschen rumgefragt habe und auch von einigen von euch auf Discord, mit denen ich im Voice-Chat ein bisschen darüber gequatscht hatte. Grundsätzlich würde ich euch gerne um zwei Sachen bitten. Einmal schreibt doch in die Videokommentare, wenn ihr selbst noch Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben würdet oder wenn ihr Fragen habt, die ihr beantworten konntet, sodass ich die in einem nächsten Video aufnehmen kann, weil der zweite Punkt ganz oben in der Videobeschreibung seht ihr oder beziehungsweise im Titel seht ihr, dass das die Nummer 1 ist. Das heißt, ich plane eigentlich dieses Format ein bisschen in Zukunft weiterzuführen, weil die paar Fragen, die ich heute beantwortet habe, decken natürlich nur einen Bruchteil dieses Themas ab und ich würde, wie gesagt, gerne mehr machen und vor allem würde ich das gerne mit realen Fragen machen, die so schon mal irgendwo vorgekommen sind. Deswegen schreibt mir doch einfach auf Discord, falls ihr selbst noch Fragen habt, die ihr gerne mal beantwortet hättet oder selbst beantwortet habt, sodass ich sie diesem Video anderen zeigen kann. Mich würde es sehr freuen, wenn das funktioniert, weil ich hätte mich früher sehr über solche Videos gefreut. Es gibt nämlich solche Plattformen wie beispielsweise Leadcode oder sowas, um algorithmische Punkte abzudecken, aber sowas wie CSS oder Usability, Barrierefreiheit und solche Punkte werden auf diesen Plattformen nicht abgefragt und das finde ich ein bisschen schade. Grundsätzlich werde ich das Video wie folgt aufbauen. Ihr werdet immer erst die Frage sehen und ich werde dort die Frage ziemlich genau 20 Sekunden einfach nur einblenden. Das heißt, ihr habt mehr als genug Zeit, das Ganze zu pausieren und dann könnt ihr selbst versuchen, die Frage zu beantworten und im Nachhinein werde ich die Frage bestmöglich erklären. Aber hier auch ein Disclaimer, das sind meine Antworten. Was heißt, es ist wie überall beim Programmieren, es gibt keine 100% richtige Antwort. Was heißt, wenn ihr eine andere Lösung habt oder auch mit meiner Lösung so gar nicht konform geht, schreibt das in die Videokommentare. Mich würde es wirklich stören, wenn ich hier eine Frage falsch beantwortet habe und jemand von euch weiß die richtige Antwort, dann würde ich das gerne korrigieren. Was heißt, ich würde das dann auch in einem nächsten Video updaten beziehungsweise in die Kommentare schreiben und anpinnen, sofern das der Fall ist. Ich habe mir bestmöglich die Fragen beantwortet und ich hoffe, sie sind alle richtig. Aber ja, jetzt legen wir direkt los und viel Spaß. Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach und zwar Spezifität ist das Mittel, mit dem ein Browser bestimmt, welche Eigenschaftswerte die relevantesten für ein Element sind und zugewiesen werden. Spezifität basiert ausschließlich auf den Matching-Regeln, welche durch die verschiedenen Selektoren gebildet werden. Bei einigen von euch wird jetzt wahrscheinlich sagen, ah ja, okay, das stimmt, das passt und bei anderen wird sich jetzt ein kleines Fragezeichen auftun und das wollen wir natürlich nicht. Was heißt, was genau sind CSS-Selektoren und was bedeutet die Spezifität? Grundsätzlich gibt es sieben verschiedene Gruppen von CSS-Selektoren, einmal universelle Selektoren, dann gibt es so etwas wie Typ-Selektoren, das ist zum Beispiel, wenn ihr direkt einen Div-Container ansprechen wollt, mit Klassenselektoren, Attributselektoren, Pseudo-Klassen wie Hover beispielsweise und ID-Selektoren und Inline-Stile. Aber grundsätzlich, was bedeuten die? In dieser Reihenfolge sind sie jetzt absteigend nach Spezifität gegliedert, was heißt, umso weiter unten etwas steht, umso weiter überschreibt es die oberliegenden Gruppen und zwar, wenn wir jetzt hier das Beispiel haben, wir haben hier einen Div-Container, das sieht man hier oben mit einer ID-Beispiel. Wenn wir in unserem CSS-Code jetzt einfach nur einen Div-Container ansprechen mit Background-Color-Red, würde dieser Div-Container roten Hintergrund bekommen. Das Ding ist hier, wir haben einen Typ-Selektor benutzt, wenn wir hier allerdings das direkt dahinter schreiben würden mit First-Child und Background-Color-Green, dann haben wir eine Pseudo-Klasse benutzt und würden unsere Div-Container hier oben überschreiben, was heißt, wir hätten jetzt einen Div-Container mit einem grünen Hintergrund, also das hier oben wäre grün. Wenn wir jetzt noch weitergehen und sagen, okay, wir haben hier unten nicht nur das, sondern wir haben hier unser First-Child und haben einen grünen Hintergrund und hier unten haben wir eine ID, hier oben unser Element hat eine ID-Beispiel und hier sagen wir, es ist blau. Dann würde unser ID-Selektor, weil er über der Pseudo-Klasse liegt, im Prinzip das hier oben überschreiben und unser Div-Element hat einen blauen Hintergrund. Was heißt, quasi jeder CSS-Fehler, den ihr vor allem am Anfang haben werdet, wenn ihr gerade mit CSS startet, wird sich auf die Spezifität beziehen. Was heißt, viele fragen sich, warum wird ein Element nicht angesprochen, warum wird ein Style nicht weitergegeben oder so etwas. In 99% der Fälle liegt es daran, weil die Spezifität einfach was anderes definiert und viele am Anfang noch nicht so richtig verstanden haben, um was es eigentlich geht und wie man daraus wirklich einen Nutzen ziehen kann. Das Ganze ist relativ einfach zu verstehen. Es ist nicht wirklich schwer. Man muss damit ein bisschen rumspielen. Und ich habe dazu auch in der Vergangenheit schon ein Video gemacht. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Prinzipiell gibt es noch zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Nummer eins, niemals sollte in eurem Code, ich habe das hier explizit nicht genannt, important genutzt werden. Important ist ein Attribut, zusätzliches Element quasi, das euch ermöglicht, alles zu überschreiben. Important überschreibt alles und das sollte niemals vorkommen. Ich würde auch jedem Projekt empfehlen, dass im Linter direkt als Ausschlusskriterium ist, dass irgendwo in CSS important steht. Das darf einfach nicht passieren, weil es ist einfach sehr, sehr nervig, wenn irgendwo im Porten steht, weil ihr es nicht überschreiben könnt. Und grundsätzlich sollte man meiner Meinung nach auch IDs nicht nutzen zum Stylen. Was heißt, IDs sind für JavaScript, für das Zuweisen einer bestimmten ID zu einem Element, aber nicht zum Stylen. Stylen sollte prinzipiell über Klassen funktionieren und über Attribute und Pseudoklassen. Das ist so der effizienteste Weg, weil ihr dann ziemlich einfach Sachen überschreiben und stylen könnt. Mit IDs geht das alles nicht. Kannst du einige Beispiele für Media-Properties geben, die nicht Screen sind? Und was machen diese? Grundsätzlich ist diese Frage auch relativ einfach zu beantworten. Die bekanntesten Media-Querys sind neben ScreenVol, Print, Aspect Radio, Orientation, Resolution. Persönlich finde ich aber auch Light Level oder Scripting spannend. Was machen diese ist genauso einfach erklärt. Print definiert einen bestimmten CSS-Stil oder Stile für, wenn ich das Ganze ausdrucken möchte. Was heißt, wenn ich in meinem Browser auf die Print-Funktion zugreife. Aspect Ratio sagt im Prinzip einfach nur, wie das die Aspect Ratio ist. Habt ihr ein 4 zu 3 Display, habt ihr ein 16 zu 9 Display und so weiter. Was heißt, damit kann man spezifische Stile entsprechend des Monitors greifen. Dann Orientation ist vor allem für Mobile Devices, also Landscape und Portrait sehr wichtig. Dass ihr zum Beispiel ein Menü anders formatiert, wenn es Landscape ist. Resolution ist einfach die Pixel Density, also wie High Quality quasi euer Display ist. Habt ihr ein 4K-Display, habt ihr ein HD-Display und könnt dort andere Stile, andere Geschichten machen. Zum Beispiel alles ein bisschen größer stylen, neue Bilder vergeben oder so weiter. Also damit kann man ein bisschen interessantere Sachen machen. Wie gesagt, persönlich finde ich Light Level sehr spannend. Light Level greift auf die Lichtsensorik eines Devices zu. Im meisten Fällen Mobile oder auch Laptops. Wo ihr dann auf die Lichtsensorik zugreifen könnt. Was heißt, wenn ihr zum Beispiel erkennt, es ist sehr, sehr, sehr hell. Dann könnt ihr euren Kontrast erhöhen. Zum Beispiel geht ihr dann direkt auf Schwarz-Weiß, den höchsten Kontrast. Und Scripting erkennt einfach nur, ob Scripting auf dem Device enabled oder disabled ist. So könnt ihr beispielsweise Warnungen einblenden oder CSS-Fallbacks schreiben für JavaScript-Funktionalität, die nicht mehr vorliegt oder nicht mehr funktioniert. Aufgabe definiere, dass jeder Art-Tag, der zu einer bestimmten Webseite verlinkt, eine besondere Schriftfarbe erhält. So die Lösung zu dieser Frage ist ebenfalls relativ simpel. Und es gibt hier eigentlich zwei Möglichkeiten, die einem direkt in den Sinn kommen, beziehungsweise eine, die wahrscheinlich jedem direkt in den Sinn kommt. Ausgangslage, ich möchte beispielsweise jeden Art-Tag ansprechen, der die URL, Muster-URL enthält. Ich kann jetzt hingehen und zum Beispiel jedem Element einfach Muster-URL als Klasse geben. So, Muster-URL und das Ganze in CSS ansprechen und das würde funktionieren. Es wäre auch nicht groß, daran etwas auszusetzen. Ihr habt dann quasi einen CSS-Klassenselector, mit dem ihr jeden Art-Tag ansprechen könnt. Allerdings ist das hier wirklich keine elegante oder schöne Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr in einem Bewerbungsgespräch seid, ich vermute, dass das durchgeht, weil es eine korrekte und funktionelle Antwort ist. Allerdings ist es nicht wirklich so, dass man sagt, hey, der hat richtig Ahnung, sondern die Antwort wäre relativ simpler. Und zwar geht man in CSS, sagt hier, okay, ich möchte alle Anchor-Tags, also alle Art-Tags ansprechen. Und ich möchte jetzt gerne auf den sogenannten Attribut-Selector zugreifen. Außerdem haben wir jetzt hier beispielsweise einfach eine Property und wir sagen Schriftfarbe ist rot. So, was machen wir mit unserem Attribut-Selector? Und zwar können wir sagen, wir haben hier href und wir wollen in href alles ansprechen, was beispielsweise Muster-URL betrifft. Was heißt, dieser Tag hier, dieser CSS-Selector, würde jetzt jeden href auf der gesamten Seite ansprechen, wo irgendwo Muster-URL drinsteht. Was heißt, was davor, danach kommt, ist uns komplett egal, dass dafür sorgt dieser Sternchen-Operator. Und damit können wir jetzt quasi jeden href ansprechen, der das hat. Das ist natürlich viel effizienter, weil unser HTML-Code viel weniger Code umfasst, viel einfacher ist. Und vor allem müssen wir nicht jeden Link, den wir irgendwo auf der Seite mal definieren, mit einer zusätzlichen Klasse ausstatten. Was heißt, das hier ist die Antwort, wo der euer Bewerbungsgegenüber quasi sagt, cool, das hätte ich nicht erwartet oder so etwas. Das heißt, damit könnt ihr richtig punkten. Das heißt, diese ganzen Attribut-Selektoren werden meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt und ihr könnt auf jeden Fall damit ordentlich Eindruck stünden, wenn ihr das in einem Bewerbungsgespräch so anwendet, beziehungsweise auch noch die anderen Möglichkeiten der Attribut-Selektoren anwendet. Gerne, wenn ihr dazu mal ein richtig komplexes Video sehen wollt mit vielen Beispielen, dann schreibt das in meinem Video Kommentare. Aber das wäre sozusagen die Antwort für diese Frage. So, auch die Antwort dieser Frage ist relativ simpel. Wir haben hier wieder drei Möglichkeiten, die wir aufzählen sollen und hier ein Element mit der Klasse Element. Und grundsätzlich sollte man, wenn so etwas gegeben ist, immer darauf eingehen. Das sehen die nämlich relativ gerne. Und zwar sage ich als erstes, okay, wir haben einen Div-Container mit der Klasse Element. Und hier ist die erste und offensichtlichste Möglichkeit, Display zu verwenden und hier zu sagen Display None. Das heißt, damit ist das Element ausgeblendet und komplett unsichtbar. Es ist aber nicht nur komplett unsichtbar, sondern der Div-Container ist nicht mehr existent. Was heißt, der Nutzer kann es nicht anklicken, andere Div-Container können seinen Platz einnehmen. Was heißt, es hat Einflüsse auf das Gesamtlayout der Seite und hat einen, ja, wirklich, klammernlöschenden Einfluss auf das Div-Element. Eine weniger destruktive Möglichkeit ist beispielsweise das Nutzen von Visibility. Was heißt, ich habe hier ein Element und ich sage hier Visibility hin. Und das bedeutet, das Element ist komplett unsichtbar. Allerdings nimmt es weiterhin Platz auf der Seite ein und andere Elemente können den Raum nicht, ja, irgendwie einnehmen oder so etwas in der Richtung. Das Wichtige ist, dass diese Geschichte genauso wie Display None erblich ist. Was heißt, es kann vererbt werden. Und das Interessante ist, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die sehr ähnlich zu Visibility ist, und zwar Opacity. Und hier haben wir Opacity und die kann entweder 0, also ist komplett unsichtbar, was Visibility hidden entspricht, oder 1 komplett sichtbar, was Visibility, ja, Visible quasi entspricht. Das Interessante hier ist, dass wir in Opacity Abstufungen vornehmen können. Was heißt, wir können hier sagen, wir sind zum Beispiel 0,5. Das heißt, das Element ist nur noch zur Hälfte sichtbar und hat so einen leichten Transparenzeffekt quasi. Und das ist quasi der größte Unterschied zwischen diesen beiden. Was heißt, jeder dieser drei Möglichkeiten kann ein Element gänzlich verstecken, allerdings für unterschiedliche Zwecke und vor allem mit unterschiedlichen Folgen für das Gesamtlayout und für vor allem das Element. Nenne drei Möglichkeiten, drei Div-Tags, Boxen horizontal nebeneinander zu positionieren. Welche der Möglichkeiten sollte man im Jahr 2020 nutzen? So, die Antwort zu dieser Frage ist relativ simpel. Und zwar haben wir hier im Prinzip ein ganz einfaches Setting. Wir haben eine CSS-Datei und eine Demo-HTML. In vielen Code-Interviews werdet ihr das einfach in Form von zwei Zetteln haben. Auf dem Zettel ist dann quasi meistens das HTML-Konstrukt drauf gedruckt. Und ihr könnt da drauf rumschreiben, Container hinzufügen und so weiter und dasselbe auch in CSS. Was heißt, was ist die erste und einfachste Methode, auf die jeder kommen sollte? Ist natürlich einfach ein Div-Container in CSS zu definieren und hier mit float und einfach left das Ganze zu positionieren. Das funktioniert ohne Probleme. Diese drei Div-Container sind jetzt ohne Probleme so, dass sie nebeneinander rutschen. Und das wird auch in Zukunft funktionieren. Allerdings sollte man es im Jahr 2020 nicht mehr verwenden, weil es einfach veraltet ist und für float einfach deutlich bessere, deutlich effizientere Wege existieren. Als Beispiel, der erste, den wir uns heute angucken, ist Grid. Grid ist relativ aufwendig und wir brauchen dafür einen zusätzlichen Div-Container, nämlich einen sogenannten Parent-Container. Und das Ganze müssen wir hier definieren. Das könnt ihr auch in einem Code-Interview beispielsweise ziemlich einfach hinzufügen. Ihr schreibt das einfach mit auf den Zettel. Sofern es nicht komplett ausgeschlossen ist, dass man nun mit den vorhandenen Mitteln arbeiten sollte, kann man das ohne Probleme umstrukturieren, weil es ist eine korrekte Möglichkeit. Und zwar sagt man hier, man hat einen neuen Div-Container mit der Klasse Parent. Und Parent müssen wir jetzt, wenn wir mit Grid arbeiten, einige Sachen zuweisen. Nämlich einmal Display. Und hier sagen wir einfach Grid. Und neben Grid brauchen wir dann noch einen zweiten Befehl. Und zwar sagen wir Grid minus Template Columns. Und definieren hier, weil wir drei Div-Container haben, die wir nebeneinander positionieren wollen, drei Spalten, also drei FR. Das bedeutet, wir nehmen die gesamte Größe quasi. Und wenn wir das so definieren, rutscht alles nebeneinander. Was heißt, wir haben drei Spalten mit drei Div-Containern. Ist meiner Meinung nach aber auch nicht die beste Methode, um diese Problematik zu lösen. Ich würde jetzt in einem Bewerbungsgespräch, in einem Code-Interview so argumentieren, dass ich sage, Hey, ein Grid-System zu erstellen, eignet sich sehr gut für komplexe Layouts, für statische Layouts. Wenn ihr beispielsweise eure gesamte Webseite in vier Spalten unterteilen wollt oder Interfaces gestaltet, wo ihr eine Sidebar habt, ein Hauptteil und vielleicht noch so eine Detailansicht links oder irgendwie sowas. Das heißt, für solche Geschichten eignet sich oder eignen sich Templates, also Grid-Templates sehr, sehr gut. Für sowas einfach nur drei Boxen nebeneinander zu positionieren eher weniger, weil das Ganze responsive zu gestalten relativ aufwendig ist. Besser eignet sich hier die Möglichkeit Nummer drei. Und zwar sagen wir auch hier, wir haben ein Div-Container mit einem Parent. Und hier sagen wir Display Flex. Und sagen hier einfach nur Flex-Direction und sagen hier Row. Was heißt, wir wollen, dass alles in dem Parent-Container innerhalb einer Zeile formatiert wird. Das hat den großen Vorteil, dass wir anders als bei Parent mit Grid hier unendlich viele Container hinzufügen können. Was heißt, auch wenn wir jetzt beispielsweise nicht nur drei, sondern zehn hätten, könnten wir ohne Probleme Parent nutzen. Das funktioniert hier bei Grid nicht. Was heißt, hier habe ich immer nur drei Spalten. Was heißt, sobald das vierte Element hinzukommt, würde es da runterrutschen und ich hätte dann quasi drei in einer Zeile und eins in der nächsten Zeile. Das wäre hier unten nicht der Fall. Das könnte ich bei Flex auch erzeugen, wenn ich jetzt beispielsweise sage Flex-Rap und dann hier einfach Rap oder No-Rap. Damit kann ich definieren, ob Sachen in die nächste Zeile rutschen. Für den Zweck, der in der Aufgabe beschrieben wurde, war das allerdings nicht erforderlich, sondern einfach nur diese beiden Befehle. Und ich würde im Jahr 2020 für das meiste Flex nutzen. Und für die Gestaltung grundlegender Layout-Geschichten würde ich Grid empfehlen. So, das war es schon wieder für dieses Video. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen oder sowas habt oder vor allem Fragen aus Bewerbungsgesprächen, schreibt in die Videokommentare oder mir auf Discord. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr Social-Netzwerke ganz unten. Oder ihr findet in der Videobeschreibung auch Amazon und andere Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Viel Spaß und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017